Modelltest 8 Teil 1 Sie hören Veranstaltungstipps im Radio Hallo liebe Kinder, wir begrüßen euch im wöchentlichen Kids-Event und Informationskalender. Das Deutsche Kindermedienfestival Goldener Spatz sucht Mitglieder für seine Kinderjuries. Was müsst ihr tun? Ihr schaut euch Fernsehprogramme, Filme und Websites für Kinder an, diskutiert darüber und vergebt Preise. Mit dabei sind auch immer zwei Kinder aus der Schweiz. Für die Zeit des Festivals braucht ihr eine Schulbefreiung, denn das Festival findet vom 14. bis zum 17. Mai in Erfurt in Deutschland statt. Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung übernehmen die Veranstalter. Wer dabei sein möchte, bewirbt sich auf www.goldener-spatz.de Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Hören Sie nun bis zum Nachrichtenmagazin um 14 Uhr Werbebotschaften. Viva. Es lebe der gesunde Genuss. Viva. Das neue Monatsmagazin im Pocket-Format. Für schnelles, gesundes und leckeres Kochen. Highlights in diesem Heft. Sieben-Tage-Diät. Abnehmen ohne zu hungern. Unbeschwert genießen. Leichte Ideen für Ihr Osterfrühstück. Außerdem Neues aus der Kräuterküche und gesunde Snacks fürs Büro. Ab heute bei Ihrem Zeitschrift. Wiftenhändler. Mehr Informationen unter www.meine-viva.de Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Mönchner Schulstiftung Ernst von Boris. Wir danken für Ihren Anruf. Leider sind zurzeit alle Leitungen belegt. Zur Anmeldung in unserer Ganztagsschule mit Mittagstisch ist keine Aufnahmeprüfung nötig. Bei uns ist Latein ab der 5. Klasse möglich. Besuchen Sie einen unserer Informationsabende am 28.02. oder am 1.03. jeweils um 19 Uhr in unserem Gebäude in der Kohlstraße 5. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Verbrauchertipps im Radio. Liebe Zuhörer, in unserer Sendung Fit durch Sport und Bewegung nun noch ein besonderer Hinweis. Unser Radexperte Dr. Armin Spechter gibt wertvolle Tipps zum Radfahren als ideales Ausdauertraining. In einem Filmbeitrag erklärt der Arzt und Rennradler, wie die Gelenke geschont werden, welche Kleidung geeignet ist und wie Sie richtig anfangen. Das kostenlose Video finden Sie im Internet unter www.apothekenumschau.de Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Flugzeug. Verehrte Fluggäste, mein Name ist Peter Kraus. Ich bin heute der Pilot in diesem Flug nach Hamburg. Alle Gäste sind nun an Bord und wir fliegen pünktlich los. Unsere Flugzeit wird 55 Minuten betragen. Schalten Sie bitte alle elektronischen Geräte für Start und Landung aus. Sie können sie während des Fluges wieder in Betrieb nehmen. Dies gilt nicht für Mobiltelefone. Diese müssen während der gesamten Flugzeit ausgeschaltet bleiben. Wir empfehlen Ihnen, während des ganzen Fluges angeschnallt zu bleiben, falls unvorhergesehene Turbulenzen auftreten. Sollte es wichtige Informationen über Änderungen von Anschlussflügen geben, werde ich Sie 10 Minuten vor Landung informieren. Ich wünsche Ihnen nun einen angenehmen Flug. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören die Nachrichten im Radio. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Nachmittag auf der S6 Semmering Schnellstraße auf Fahrthöhe Glocknitz ereignet. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Beifahrerin wurde überhaupt nicht verletzt. Der Unglückslenker war gegen 17 Uhr mit seinem VW Golf auf der regennassen Fahrbahn abgekommen, woraufhin sich das Auto überschlug. An dem VW Golf entstand Totalschaden. Der Mann war in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Der Unfall ereignete sich zwischen Glocknitz und Neunkirchen. Der verletzte Fahrer wurde mit der Rettung ins Spital transportiert. Teil 2 Sie nehmen an einer Rundfahrt auf dem Vierwaldstätter See teil. Verehrte Fahrgäste, ich begrüsse Sie zu unserer circa einstündigen Rundfahrt auf dem Vierwaldstätter See auf unserer neuen Panorama-Jacht. Mein Name ist Albert Nageli und ich bin verantwortlich für das Schiff. Bevor wir ablegen, gebe ich Ihnen einige Informationen, die Sie sicher interessieren werden. Unsere Schifffahrtsgesellschaft existiert bereits seit dem Jahr 1837 und wir sind im Besitz von fünf nostalgischen, wundervoll restaurierten Raddampfern und 15 Salon-Motorschiffen. Außerdem haben wir hier unsere neuste Errungenschaft, diese wunderbare, luxuriöse Panorama-Jacht, auf der Sie sich gerade befinden, die erst im letzten Jahr fertiggestellt wurde. Charakteristisch sind die bequemen Sitzlandschaften und das verstellbare Dach, Um ein paar technische Daten zu nennen, die Jacht ist 49 Meter lang und 8,3 Meter breit. Sie fährt mit maximal 28 Kilometern pro Stunde, ist angetrieben von einem Diesel und einem Elektromotor und kann bis zu 300 Fahrgäste mitführen. Ich denke, Sie möchten aber auch etwas mehr über den Vierwaldstätter See erfahren, der hier in der Zentralschweiz liegt und einer von den über 1510 des Landes ist. Das ist mit ein Grund, warum man die Schweiz auch das Wasserschloss Europas nennt. Seinen Namen hat er sehr von den vier angrenzenden Waldstätten, den Kantonen Uri, Unterwalden, Schwyz und Luzern. Der Sage nach haben sich die ersten drei Kantone im August 1291 die ewige Treue geschworen. In der Vergangenheit war der See, der sich am Ende der Eiszeit vor rund 12.000 Jahren bildete, eine wichtige Verkehrsachse. Bis 1863, nämlich als die Achsenstraße gebaut wurde, war der Wasserweg die einzige Handelsverbindung zum Gotthard Pass und zum Kanton Uri. Der See ist bis 214 Meter tief, die Uferlänge beträgt 161,9 Kilometer, die Größe des Sees ist 114 Quadratkilometer. Die Berge, die Sie rundherum sehen, sind die Rigi, der Pilatus, das Stanzerhorn und der Seelisberg. Schon früh entdeckten die Engländer die Bergwelt der Innerschweiz als Erholungsgebiet. Es entstanden Kur- und Badeorte. 1871 eröffnete man die allererste Zahnradbahn Europas, mit der man hoch auf die Riege fahren konnte, und 1889 die besuchte man von Alb nach Stadt auf den Pilatus, die heute immer noch steilste Zahnradbahn der Welt, die bis 2120 Meter hoch fährt. Mark Twain beschrieb übrigens als Journalist einen Aufstieg auf die Riege, was in den USA des 19. Jahrhunderts zum Aufblühen des Schweizer Tourismus führte. So, ich lasse jetzt aber in Ruhe die Aussicht geniessen und überlasse es unserem Audio-Guide, sie während der Fahrt über die Höhepunkte der Umgebung zu informieren. Teil 3 Sie sitzen im Kino und hören, wie sich ein Junge und ein Mädchen über Gewichtsprobleme unterhalten. Sag mal, Hannes, du hast heute Mittag schon wieder nichts gegessen. Was ist denn los? Mama macht sich schon Sorgen. Lara, sei doch still. Der Film fängt gleich an. Es hat ja noch nicht einmal die Werbung angefangen. Los, erzähl. Also, wenn du es unbedingt wissen willst, ich mache seit Sonntag Diät. Sonntag? Wieso seit Sonntag? Wieso? Was war denn Sonntag? Ich hab's! Samstag auf deiner Geburtstagsfeier? Da hat dieses blöde Mädchen, die die so getan hat, als wäre sie ein Superstar... Jasmin. Ach ja, Jasmin heißt die. Wie ein Superstar. Habt ihr keinen grünen Tee? Uh, diese Würstchen sind aber fett. Lara! Und dann hat diese Jasmin gesagt, dass es auch dir nicht schaden würde, ein bisschen auf deine Figur zu achten. Du, zu dick... Winter... Da muss ich ja lachen. Jasmin ist normalerweise nicht so. Jasmin ist nett. Oh Gott, du bist in Jasmin verliebt. Nein, nicht verliebt. Aber Jasmin ist wirklich nett. Also doch verliebt. Und jetzt machst du Diät. Wegen Jasmin. Naja, zu dick bin ich vielleicht nicht, aber ein paar Kilo abnehmen könnte ich schon. Im Winter hab ich kaum Sport gemacht und meine Jeans sind mir ziemlich eng. Aber da brauchst du doch keine Diät zu machen. Mach lieber regelmäßig Sport. Und außerdem... Nichts essen ist keine Diät. Das ist ungesund. Wenn du Diät machen willst, dann iss weniger Pizza und lieber mal einen Salat. Äh, dann schon lieber Sport. Aber Fußball mach ich schon so lange. Das macht keinen richtigen Spaß mehr. Hm, verstehe. Da gibt es keine Mädchen. Lara, du bist echt doof! Hannes, was hast du denn? Ist doch ganz normal, dass du Mädchen kennenlernen willst. Was glaubst du, warum ich jetzt nicht mehr Ballett mache, sondern Tennis? Du kannst kommen zum Tennis. Vielleicht gefällt es dir ja. Da sind viele nette Mädchen. Jungs natürlich auch. Und die Mädchen sind sicher netter als diese Jasmin. Was gefällt dir eigentlich an ihr? Na, ähm, ich weiß nicht. Sie ist lustig, sie spielt auch Computerspiele und sie ist eine gute Schülerin und hilft auch den anderen und sie sieht gut aus. Was? Die ist doch viel zu dünn wie diese Models und überhaupt. Jetzt sei doch endlich still. Der Film fängt an. Teil 4 Die Moderatorin der Radiosendung Heute Ö diskutiert mit Lena und Simon über das Thema Umzug. Hallo, hallo liebe Leute. Heute sind wir wieder hier mit einem Thema, das euch interessiert. Wie immer sucht heute Ö nach Themen, die euch beschäftigen. Was möchtet ihr wissen? Was bereitet euch Sorgen? Wo braucht ihr Rat? Ihr wisst sicher, wie das geht, aber trotzdem noch einmal, postet euer Thema in Online-Forum, schickt uns eine E-Mail oder SMS oder ruft einen voran. So, heute geht es um das Thema Umziehen. Und zu Gast im Studio sind Lena und Simon. Hi. Servus. Das Thema Umziehen kann ein Problem werden, wenn aus irgendeinem Grund die Eltern beschließen, den Wohnort zu wechseln. Der Grund spielt an und für sich keine große Rolle. Wichtiger ist, was das für alle Familienmitglieder und besonders für die Jüngeren bedeutet. Lena, wie hast du euren Umzug erlebt? Also, wir sind vor zwei Jahren von Wien nach Pressbaum gezogen. Damals war ich 13 und als ich von den Plänen meiner Eltern erfuhr, war das für mich der Schock, also ehrlich. Ich wollte auf gar keinen Fall weg, zumal ich keinen Grund für den Umzug sah. Meine Eltern arbeiteten beide in Wien, eine eigene Wohnung hatten wir da auch. Mir leuchtete einfach nicht ein, warum wir weg sollten. Pressbaum ist gar nicht so weit weg von Wien, nur ein Spuckerl entfernt. Stimmt, und in der ersten Zeit hat das auch geholfen. Meine Eltern haben mich einmal die Woche zu meinen Freunden gefahren. So habe ich die erste Zeit überstanden. Also war es nicht so schlimm, wie du dir das vorgestellt hattest. Und wie ist das bei dir, Simon? Du bist noch nicht umgezogen, oder? Nein, noch nicht, aber der Termin steht leider schon fest und mit der Vorstellung kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Meine Eltern kann ich schon verstehen. Meinem Vater wurde gekündigt und jetzt will er das Gasthaus von meinem Opa in Baden übernehmen. Wovor hast du Angst? Erzähl uns mal. Vielleicht kann Lena dir helfen. Niemand kann mir helfen. Leider. Ich bin frisch verliebt. Seit drei Monaten bin ich mit einem Mädel zusammen und wir verstehen uns ganz gut. Wenn ich die Stadt verlasse, dann ist die Beziehung aus und vorbei. Tja, wenn es im Allgemeinen um Freunde geht, dann kann ich dir sagen, auf dem Land habe ich eigentlich sehr leicht neue Freunde gefunden. Man lernt sofort jeden kennen. Das ist ganz anders als in der Großstadt. In Sachen Liebe aber, das ist was total anderes. Eine gewisse Distanz kann doch aber auch beweisen, ob es sich um eine wahre Liebe handelt oder nicht. Du solltest vielleicht nicht alles gleich schwarz sehen. Ich sehe einen großen Unterschied zwischen Sachen und Menschen. Seinen Wohnort, seine Bleibe, seine Schule und Arbeit kann man ziemlich einfach wechseln. Das hängt natürlich auch von der Anpassungsfähigkeit eines Menschen ab. Aber die Freunde sind einfach unersetzbar. Sicher lernt man neue Personen kennen. Das bedeutet aber keineswegs, dass man seine Freunde nicht vermisst. Ich habe auch nicht behauptet, dass ich meine Freunde durch neue ersetzt habe. Aber man kann doch dank der modernen Technologie den Kontakt zu seinen Freunden aufrechterhalten. Entschuldigung, das ist aber kein Kontakt. Briefwechsel, Anruf, vielleicht aber ein Kontakt. Ich möchte meine Freundin sehen, riechen, küssen. Das kann mir keine Technologie ermöglichen. Ich verstehe, was du meinst. Du hast vollkommen recht. Genauso verzweifelt war ich auch. Für die erste Zeit aber kann der Kontakt über Skype oder so ein gewisser Trost sein. Ich will aber kein Trostpflaster. Ich brauche eine richtige Lösung. Tja, im wirklichen Leben läuft leider nicht alles wie am Schnürchen. Man muss auf vieles verzichten, schöne Sachen zurücklassen, einen neuen Anfang machen. Und jeder Anfang ist schwer. Aus Erfahrung kann ich allerdings sagen, es hilft mal, auf andere Gedanken zu kommen. Eine Sache auch von der positiven Seite zu betrachten. Und die gibt es ganz sicher in jeder Situation. Lena, kannst du uns vielleicht erzählen, was du am Leben auf dem Land positiv findest? Fang bitte nicht mit den Klischees an. Man lebt in der Natur und so weiter. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Okay, mache ich nicht, obwohl es stimmt. Also, Positives. Man braucht nichts groß zu organisieren, um seine Freunde zu treffen. Du gehst einfach an den üblichen Treffpunkten vorbei und schon triffst du da jemand. In der Stadt gibt es so etwas nicht. Und ich fühle mich unabhängiger. Und was unternimmt ihr zusammen? Außer spazieren gehen, meine ich. Wir quatschen und gehen oft reiten. Das macht großen Spaß. Möchtest du aber oft ins Kino oder in die Disco, dann gibt es keine große Auswahl. Zugegeben. Sich nur mit Gleichaltrigen unterhalten, wird das nicht irgendwann langweilig? Mir nicht. Ich finde den Kontakt zu jungen Leuten ganz wichtig. Lena, es wird so viel vom Klatsch auf dem Land erzählt. Stört es dich nicht, dass jeder alles über jeden weiß? Wie empfindest du das? Also, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Außerdem wird die Anonymität in den Großstädten genauso oft kritisiert. Ein Grund zu meckern gibt es immer. Allerdings. Eine andere Frage jetzt. Schule. Wie war der Schulwechsel, Lena? Gar nicht so einfach. In der Schule habe ich meine Freunde am meisten vermisst. Ich fühlte mich entwurzelt. Sogar die Streber aus meiner alten Klasse haben mir gefehlt. Verständlich. Die Schule macht ja fast den ganzen Tag aus. Und für dich, Simon? Ist das ein weiterer Grund, um traurig zu sein? Eigentlich nicht. Meine Leistungen in der Schule waren nie berühmt. Und viele Lehrer sind mir gegenüber inzwischen voreingenommen. Vielleicht wird es in der neuen Schule besser. Das wünsche ich dir auch. So, liebe Freunde. Das Leben ist nicht immer so, wie wir es gern hätten. Wichtig ist es aber, dass wir uns bemühen, das Beste daraus zu machen. Den Mut dürfen wir nicht verlieren und die Hoffnung nie aufgeben. Wenn man neuen Situationen offen gegenübersteht, dann erlebt man auch Positives. Euch allen wünsche ich das Beste. Servus! Servus!